Es gibt eine Kraft, die uns niemals stillstehen lässt. Uns antreibt bis an die Grenzen der Physik und darüber hinaus. Eine Kraft, die uns anspornt, jeden Tag den Status quo herauszufordern. Driving Performance. Das ist unsere Überzeugung und unser Anspruch. An jeden Mercedes-AMG von 1967 bis heute. Driving Performance ist die Leidenschaft zu gewinnen. Der Mut, Außergewöhnliches zu schaffen. Der Wille zur Perfektion. Angetrieben von einem Teamgeist, der AMG in 50 Jahren an die Spitze gebracht hat. Mit Performance-Fahrzeugen, die weltweit Maßstäbe setzen. Auf der Straße und der Rennstrecke. Entwickelt an einem Ort, der so besonders ist wie die Marke AMG. Hier definieren wir Driving Performance jeden Tag neu. Jeder Mitarbeiter als unschlagbares Team. Wir sind stolz daran, die Sportwagen- und Performance-Marke von Mercedes-Benz zu sein. Wir sind Mercedes-AMG.